Volksbad, Volksbadstrasse 4-6 Hygiene und Volksgesundheit waren schon im frühen 19. Jahrhundert ein sozialpolitisches Thema. Nach 1880 wurde es mit der rasanten Zunahme der Bevölkerung dringend. Zum Höhepunkt der Stickereiblüte um 1910 hatte die Stadt St. Gallen weit über 70.000 Einwohner, also fast gleich viele wie heute. Geschichte Innert wenige Jahrzehnte hatten sich die Lebensgewohnheiten der Mehrheit der Bevölkerung, auch der Arbeiter und Arbeiterinnen, markant verändert. Statt wie früher ein paar Mal pro Jahr, werde nun einmal wöchentlich gebadet, vermerkte Spitalverwalter Ehrenzeller 1895. Um diesen Wandel Rechnung zu tragen, hatte St. Gallen 1895 mit dem Seewasserwerk Krietli in Goldach am Bodensee die Wasserversorgung sichergestellt. Der Stolz auf diese Pionierleistung findet bis heute Ausdruck im Broderbrunnen, am oberen Graben vor dem Multator und der Stickereibörse. Architektur In St. Gallen hatten um 1900 aber lediglich 18% aller Wohnungen ein eigenes Bad. Das Bedürfnis nach einer öffentlichen Badeanstalt war gegeben. Auf Betreiben des ärztlichen Vereins sowie von Arbeiterorganisationen, Krütlieverein, Arbeiterunion, baute die Stadt 1904 bis 1906 nach Winterthur das zweite öffentliche Hallenbad der Schweiz, das neben einem Schwimmbecken auch über Wannenbäder verfügte. Bemerkenswert sind die Leitgedanken, die das mehrfach überarbeitete Bauprojekt des Stadtmeisters Albert Pfeiffer mitprägten. Das Volksbad sei zwar ein Zweckbau, aber der Aufenthalt müsse angenehm sein, daher verdiene es eine schöne, gediegene Einrichtung. Diese Anforderung wurde mit der entsprechenden räumlichen Gestaltung in sakralem Jugendstil sowie der skulpturale Schmuck von Henrichis Berträne Rechnung getragen. Heutige Nutzung Das Volksbad wird noch heute als städtisches Hallenbad genutzt.